und damit willkommen zurück zu World of Tanks zur zweiten Runde heute Mitglied wieder mit dem Prozent der Sattelbierungen an die Klinik aus einem was aber wo wie fand ich jetzt eigentlich mit der einen vollständigen gebracht hat die nächste kommen in eine Gruppe nächste Folge kommt wahrscheinlich ich will dir was sagen die hat irgendwie 30 hier 20 Flicks oder so drei oder vier Tage ja was willst du fahren äh ja wollten wir ja gerade besprechen eigentlich was da fahren ich bin ja für Ratte aha ich hab die Ratte ich muss mal wieder Erfolgserlebnis haben ja dann mach WOT aus und ähm ja ich hab gerade gelesen du machst du hast äh Assassin's Creed pausieren ja warum das denn? schon seit vor den Ferien weil erstens der an der nicht der Ansturm der der die die Resonanz war also es gab eigentlich keine Resonanz war also es gab eigentlich die erste Folge hat 200 Klicks und die Bescheid hat 8 ja also wir ich würde es jetzt mit Creed weitermachen wenn mich wer fragen würde bloß im Moment sind das nur zwei Leute aus der Klasse und ähm ich kann auch immer werden Neidu zählt nicht der ist kein Mensch der ist Neidu da Niklas Niki-Po die Kürzler hat das alles 11 und sieben aufgibt das ist ja wirklich traumhaft wie bei mir etwas von Assassin's Creed ja und dafür hat die erste Hundertachtzig echt ja aber das liegt daran dass die immer wenn mein Kanal aufgerufen wird von dem nicht abonnenden dass die Welt über losgeht die das heißt es wird das ist nicht scheiße das ist ja wohl geil das ist ja böse von dir ein Hörer so schnell unterwegs sein ja ich will andersrum fahren fett mir gerade mal auf wie schnell bist denn du oh 40 ich weiß nicht ich weiß nicht was ist ich bin Alex was deine Schuld komm ich aber auch durch warum warum ist es meine Schuld weil du kein Unterstrich im Namen hast und nein du auch nicht na und doch aber er fährt Covenenzer also er ist so klein er kann gar nicht schuld sein und ich kann nicht schuld sein weil ich nur Unterstrich im Namen habe und ich hätte meine Nase gefasst also nee was denn das für eine Begründung das hilft nicht doch nein immer so nein doch dumm 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 so was ich geil fänden würde wäre mit Premium Account oder auch ohne Premium Account was macht der hier, der muss weg KV1S, komme mal da durch hier naja I'm not able to play successfully Hufschraube Einsatz nach das dann hör auf also ich bin im moment ja noch in der trainings einheit trainingsphase ja krieg ja training von meinem clan ich muss da mal rein SU100 du bist ja toot alter der war doch da eben NEIN was war denn das das war WTF was war das denn ey das war liebe wie kann man denn hier wie kann man denn was so weit vorne stand ich doch gar nicht GEBUGGT egal ich hab die gerade eben nie gesehen wo schießt du denn hin ist das die troll schieß mal jemand nach links was what the fuck ab NEIN 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 doch das ist ein T49 damit kann man nicht du kannst ja gleich alle wieder auf scouten ich will die doch nicht scouten ich spiele mit einem T49 nicht scout der ist viel zu gut für scout genau er ist doch aber so wie die ganzen artis in den bischen hocken gar nicht mehr ein siehst du ich mache damit schaden bei was denn kv 13 kv 13 ist das fremium na kaka das ist so ein scheiß panzer also am geilsten war es sowieso noch als es nur die kv ausgab in einer du das war ein kauf denn der verheirat ich denke noch nicht aber haben zettel mit aufgedeckt ja ich weiß nein was sind das für flecken naja spucke alter dieser kv 1s der hat doch auch kein leben der ist verlippel ja er ist schon dumm klingt schon nach dem namen fahr zurück ja da schießt irgendwas kleinkalibriges nicht stelle ich jetzt hier ich bin größer als du was denkst du von dir scheiß kv 1 nee brauchst du jetzt gar nicht runter zu fahren fühlst du dich jetzt cool oder was luschen achtung ach der fleck ist gar nicht auf dem bildschirm da ist ein wot drin 1 2 1 spam ich hab noch 100 damage gemacht da macht du nicht oh yeah noob team ja wir hatten ja auch ähm wen hatten wir dabei philipp philippe er wird jetzt von vorne penetriert was dreht denn in den kopf komm raus der soll seinen kopf nicht drehen der soll töten dies wir haben gewonnen mit nein drei kills ja wir sind voll gut wir jetzt gucken ob ich mehr schaden als alex gemacht habe ja alter mach einfach hin komm warum da musst du jetzt frust kämpfen mach gleich frust rage quit warum weil ich wieder so blöd bin du scheiße bist warum warum bin ich scheiße ja dann kann ich jetzt auch ähm so ähm dann krieg ich dich jetzt so vom server und schon oder aber ich ich mach noch was viel schlimmeres ich überleg gerade mal ich komm zu dir ich komm zu dir ja dann fliegelig an der tür ja und dann lauf ich schnell wieder weg uuuh eh 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 böse eh voll böse von dir böse böse ja ja oder schöns Haare ja gefechtigen die Kalle nach sich das ist ja scheiße sie in der Hand ist aber rechtlich war nicht was sich an das Wort rei kreikig drei Kanäle Luft der Sekundärorter derattibe- gertran und Ritter unter potato Europa das Ende alle saß viel 돼iden wunderbar vielleicht und beschwere ich aber nicht bei mir wenn es dazu lange dauert die hochzug wurde aufgedeckt aua 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 mehr als zart warum treffe ich den genau sagen aber jetzt nur mehr bis aufgedeckt bestehen ich will ja dass die art trifft deshalb stehe ich mich jetzt hinter dich du wirst noch ein bisschen mehr leben als ich ich sehe ihn ich nehme den linken ich komme nicht drauf ich komme da nicht durch warum nicht kannst du doch wollen was hast du denn ist er weg da ist er wieder wie bis zu 100 damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet warum komme ich denn da nicht durch so äh nick äh ne naido sein laptop ist am anus ne der ist wieder da ne der ist abgekackt auf Skype ist er wieder online ja ich weiß du hast hier noch Skype ich auch ich auch ich auch ich auch ich bin hier drüben tiefchen fässig wie so ein Hund erfügt oder so ein Hund erfügt ich meine übrigens wenn ihr Alex mal einen Brief schreiben wollt ne ich gebe euch mal die Adresse tjoa und zwar sendet ihr den Brief einfach an ne er schreibt ihm einfach einfach eine SMS an mit dem Inhalt Arschloch an die 1 1 0 okay du bist am Arsch meine Maus hängt gerade erst hängt deine Tatschur dann deine Maus ja ich ähm kommt mich grad nicht nur wirklich bewegen du hast noch Zeit für ne für ein Ründchen und dann muss ich mich auch mal fertig machen ne ne du ist ziemlich afk ja alles geil wie die Arte jetzt flüchtet fahr mal raus nimmst du noch auf? ja ich weiß nicht was du fahren willst ich kann auch hier wie er meint ich hab schon eingewählt ach so vergewaltigst du gerade deinen Stuhl? warum? weil das sich so anhört es quietschen? ne ja wie auf deiner AskFM-Seite was dann häufig der Spruch ach gottchen ja hab ich gemerkt Alex das ist wieder deine Schuld ne? du stehst unter mir also nö du hast keinen Unterstrich im Namen da warst mein Name länger die andere Sachen die länger sind als bei dir ne du hast ja nix du hast zum Beispiel deine Nase die wichtigste Nase ich hab mehrere davon wie du hast zwei Nasen? ja eine im Gesicht und eine am Arsch oder? damit du immer wenn du auf dem Kno sitzt schön schnuppern kannst auf der anderen Seite auf dem Bauch? weiter unten am Knie? ja ne bisschen drüber am Oberschenkel los gehts ja bei dem du hast es ja dann ja ich weiß nein heute ist scheiße lass es einfach Alex ne ich hab die diese Sache eigentlich nicht sehen aber wir haben den französischen Netto übrigens SMS also Whatsapp Nachrichten die ist von mir ne nicht von dir das klingt anders ach ja weiß klingt ja nach wie? muss ich jetzt erstmal neu einrichten wie klingen meine nochmal? na ne 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 da ja car since da draußen wo draußen er hat man hier hat die einzelne sie noch mal rechte der Tülle ja auch viel Spaß oh ja immer doch immer wieder gerne ich hab auch immer Spaß ich will die IS-3 haben und dann mache ich alle kaputt dann kaufst du die oder ganz viel Geld ne aber irgendwie machen wir Heavy Tanks nicht so viel Spaß ich mag Darkpanzer lieber oder Medium more idiots than I oh scheiße an Island please nein ja das nenne ich doch mal schlecht das nenne ich auf jeden Fall schlecht so wollte ich eigentlich nicht springen ja wie naja das war jetzt eine ziemlich blöde Aktion von dir um das mal ich fühle mich diese ganzen Sprünge mal irgendwann mal ab und schnippeln zum Video zusammen das ist so eine Arbeit ich bin ja gerade in meinem Gründer Special und da nehme ich auch ganz viel Schnippel Leute Schnippel Zeugs und ich sagte das ist eine Arbeit ohne Ende du schnippelst sie auch mit Chemtage ja nein mit Magix ach ja Magix schon aber mit Magix hab ich auch schon gearbeitet auf auf der Hausse äh hier vom LR Checker 90 haben zumindest gesehen was zumindest wie er wie er das äh gemacht hat also die Erkost für den Dings LR Checker 90 was ist das? ja für jetzt sind die Janik und Dings Janik und Tum sind das so den hab ich da also die haben zumindest mal ein bisschen geschnippelt da er meint so ja gut er hat im Übrigen noch meinen US-Bisschen er hat gerade beschossen das war ich ne doch echt ja scheiße ich dachte ich treffte er hättest du mir aber nee gar nicht ist halt ist halt zu da gibt's ja keine keine Strafe für Teambeschuldigung guck mal da steht noch ein AMX AC irgendwas einfach mal drauf schießen ach was zu erwarten meine Mutter hatte eben das Bedürfnis mir etwas zu sagen meinst du? ne weiß ich warum ist mein Richtschützer eigentlich hin nur von diesem komischen Sturz weil er im Kopf gegen die Wand gepreilt ist ne das liegt an mir weil ich dich nicht getroffen habe er hat sich ne Kuhle in den Kopf gewuchtet wir überleben den Kampf bestimmt nicht ich bring mich jetzt um oh Gott ey Richtschützer wie heißt er eigentlich Peter er ist Udo Richtschützer what the fuck immer Udo Richtschützer generell au ey töte ihn doch immer so als Tipp wo kam die Hellkack jetzt her aus dem Arsch ich seh die nicht machen das war's wieder für heute bis zum nächsten Mal Tschüss nein 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 hier